Ich hab gestählt, ich fass mich nicht an. Das ist ein Armani-Anzug, den ich jetzt trag, alter. Ich bin hier der Hauptmieter! Ach, jetzt macht er schon wieder hier meine Wände kaputt. Mein Gott, ich krieg noch Stress mit dem Vermieter wegen euch. Gut, dass die Wände jetzt wieder repariert werden. Ich weiß nicht, ich glaub eine Runde, eine machen wir noch mit der Waffe, oder? Ich mein, wir haben nur 24 Schuss, das ist ein bisschen blöd. Aber, boah, wohl 1000. Nee, wir kaufen uns. Die HVK. Ich wusste gar nicht, welche Waffe hier ist. Ich wollte einfach nur die Wandswaffe jetzt kaufen. Danke fürs Liken. Viel Glück beim nächsten Mal. Oh, ich hab die Münze nicht selber gekriegt. Yeah, GG. Was passiert? Was passiert? Vielen Dank.